Welche Vorteile kann ein duales Studium gegenüber herkömmlichen Studienformen geltend machen? Ein duales Studium bedeutet, dass ein Studierender sehr engagiert sein muss, sehr belastbar sein muss, flexibel sein muss, die Synergien erkennen muss, die sich aus der Dualität von beruflicher Ausbildung und einem Bachelorstudium ergeben. Und das sind alles Eigenschaften, die im späteren Arbeitsleben von besonderer Bedeutung sind. Ich muss sehr effizient und effektiv mit meiner knappen Ressource Zeit umgehen. Die meisten Menschen spüren das in ihrem Privatleben, dass sie mehr machen möchten, als sie eine Zeit zur Verfügung haben. Im Berufsleben ist das in der Regel noch deutlich zugespitzter der Fall. Und diese Eigenschaften werden sehr gut trainiert durch ein duales Studium.